Ich suche einen Schock. Einen negischen Schock. Ich suche einen Schock. Nicht wie er so sechsmal schocken und alle flippen aus. One-Shot-Kühe auf Klappe. Also, können wir machen, Bats. Ich denke, Orange schafft das nicht. Du musst dich mal tief machen, dass du hochdrückst. Weil wenn du zuhörst, brauchst du einen Gelenkopf. Die Prepairings, die Prepairings. Wieso machst du nicht locker? Weil ich bin zu groß. Ich frage dieses Ding, wie ich da aus der Fähne schaue. Doch ich sehe gar nicht, dass sie reinstecken. Einer im Kopf. Einer im Kopf. Warte, hier ist Man-Mission. Alle Womens. Ich bin auch einer Scheiße. Oder willst du in den Schlüsseldienst kommen? Lass uns für 400 Euro wie Pascal. Wir können eigentlich nicht alles machen. Mach die Tür hier zu. Ja, mach die zu. Dieser Schuh, der geht jetzt in die Tür aus. Schock. Geh mal raus. Aber nicht missen. Mach den Ohrring. Die Tür ist zugefahren. Das ist ein Bad News. Okay, seid ihr jetzt immer noch nicht klar mit dieser Tür? Schnauze. Jetzt gehen wir durch. Ohrring. Der Besitzer. Der Besitzer. Das hast du ein Stück gemacht. Komm, Ohrring. Du hast einen neuen Schritt zum YouTube. Komm mit meiner Freundin. Komm mit meiner Freundin. Komm mit meiner Freundin. Schau dir die Kappi erst ab. Das ist da ja. Wenn ich ihn da schlocken... Okay, du musst die Kraft aufs Schloss setzen. Locken als ich sie kann. Ach, same. Nicht reden. Korrig, man sieht ja danach aus wie Bocken-Werner. Was? Das arme Scheiße. Wir betreten jetzt andere Territory. Aber diese Fischli aufgenommen. Nein, das ist kaputt. Nein, das muss nicht neu biegen, dann ist das Beste. Oh, ich schaff das, ich mach's nicht. Nein, nein, die Tür ist nicht kaputt. Alle raus! Raus! Die ist nicht kaputt, nein!